hallo meine lieben freunde der volksmusik kopfhörer ist so komisch herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play mad max das wirklich wahnsinnig tolle spiel mit dem lieben mad max der herr und mir dem lieben tom folge nummer 24 und wir sind hier wieder in schiedsfestung die ist jetzt komplett ausgebaut und liefert immer liefert mir einen vollen tank volles wasser alles volle munition volle gesundheit alles voll weil ich die komplett ausgebaut habe sie ist ob da alles gemacht und ich habe jetzt hier dieses hoheitsgebiet von schied hat jetzt rechts oben siehst du grün 0 das heißt gefahrenstufe also ich habe ja alles gemacht sie ist ja alles alles grün angehakt die alle bereiche das sind 12 drei vier fünf sechs der klein da unten noch bereiche der zählt nicht dazu aber ich habe hier in diesen bereichen einzel habe ich immer alles gemacht und dadurch ist die gefahrenstufe 0 und jetzt um lange rede kurzer sind man muss einfach alles man muss einfach überall die gefahrenstufe 0 und da ist doch gefahrenstufe 0 und da auch noch da war ich noch gar nicht hier habe ich immerhin schon mal die die war ich bei dem heißluftballon um die punkte einzutragen und ja es ist also es heißt aufgabe baue die verbesserung für den check an also das ist das out ein bestimmtes out also ein auto mein auto und ich muss mein auto verbessern einfach und wie mache ich das ich muss einfach die gefahrenstufe ja wie soll ich das erklären wenn ich jetzt hier aufs auto gehe her werkstatt sie ist also ich muss das auto verbessern und wo es grün ist es da ist es schon ausreichend aber wo es nicht grün ist da muss ich noch verbessern also hier ist schon ausreichend grün nehme ich mal an aber hier zum beispiel booster da steht jetzt hier zum beispiel das muss ich noch verbessern aber um das verbessern zu können muss ich steht ja links um verringere die bedrohung auf stufe 3 im hoheitsgebiet vom pinkei also ich muss in einem gebiet wieder mal die gefahrenstufe also einfach alles machen da und das muss ich aber hier bei allen noch das ist quasi immer so ähnlich hier steht ödland missionen aha ich muss ödland missionen machen ich muss gefahrenstufe verringern also ich muss auf gut deutsch einfach einfach alles machen hier einfach alle lager also und ödland missionen das blaue hier das sind die ödland die muss ich auch noch machen und weil ich jetzt hier das gebiet schon mal habe und weil es hier schon so schön blau leuchtet mache ich jetzt mal mit dem weiter oder weil das sind drei da ist eins da ist eins da ist das sind die ödland mission das ist ein bisschen kompliziert aber sei es kompliziert also wenn wir jetzt hier auf pause menü geht es da steht hier hauptmissionen klassiker des ödlands da bin ich gerade dran aha ich muss also einfach wahrscheinlich was steht da die zusammen einen spezialisierten magnum opus erschaffen also mein auto ist oder magnum opus er nennt den erzengel den er bauen will den jack also ich muss mein auto magnum opus muss ich einfach verbessern das ist und zwar wie mache ich das indem ich überall die gefahrenstufe verringer und einfach weiter spiele und dann haben wir noch ödland missionen die muss ich die sind teilweise auch nötig also die für die verwässerung und jetzt machen wir einfach mal weiß gerade da ist und diese blaue das sind die blauen dinge belohnung waffenkammer bauprojekt ja gut machen wir das jetzt einfach mal waffenkammer bauprojekt ja das klingt doch auch schon machen wir das jetzt einfach mal kaffee pause bin gerade aufgestanden und die grafik ich kann es nicht oft genug sagen die grafik ist so toll also hier ist jetzt und die deathruns die todesfahrten die sind anscheinend nicht nötig die fahren schon wie null aber da fahren immer noch idioten rum na gut wurscht und äh die hinten tropft was raus ähm und ich hab den schon ein bisschen verbessert hier und äh den max habe ich auch schon gut verbessert beim max muss man einfach nur die äh äh den legendenrang erhöhen um den max noch zu verbessern da fehlt mir jetzt nicht mehr viel und ich bin eigentlich schon ganz schön weit im legendenrang na gut ähm lange ich quatsche die ganze zeit lang jetzt fahren wir mal dahin schnell reise damit wir äh damit wir da mal zu dem blauen punkt da kommen jetzt machen wir mal die blauen punkte gut huch wo bin ich achso ja das ist der ding das habe ich jetzt alles offline gemacht weil das war jetzt nicht so besonders also die gefahrenstufe darf erregern jetzt warte und wenn wir schon da sind was ist denn da noch dann fahren wir da hin wenn wir da schon mal da sind warte machen wir den noch nebel ah also die grafik ist doch astrein oder da kann man doch jetzt mal nix sagen fahren wir schnell noch zu dem ding da das ist gleich um die ecke oh die graf schau dir das an wie schick die ge... uch da komm ich wieder nicht hin oh ne das ist... oh ne hier ist überall so... oh wei ja überall so Zeug hier ach ist das oben ach du scheiße das ist oben wahrscheinlich oder ah ne warte was ist denn da los ach brech kotzeisenstange ok ist das das hier oder was oh da ist viel drin oder wie suchbereich das war tatsächlich suchbereiche oder wie aha liegt einfach so schottnumm aha schau her das war ein suchbereich na das ist ja auch nie verkehrt oder gut ähm dann müssen wir huch da ist eine schugelfeuche wieso oder na komm machen wir die auch noch wenn wir schon wo bin ich denn das ist die da hinten oder wo es da so brennt oder ne da sind tausend gezweiht so da ne komm ich gar nicht hin ist doch oder das geht gar nicht da sind wir in der kolonne Flanenroute entdeckt, ja das Ach komm, na gut The Grand Great Mojo Also Talisman oder Kühlerfigur oder wie, ne Mojo Da oben, die sind alle da oben Ach komm, da ist alles voller Ach, das ist der Da kann ich jetzt da nicht drauf fahren Schaut mal Das ist da oben irgendwie Jetzt schau ich mal da um die Ecke Huch, jetzt werden überall Ach da ist der Überall Kiesel Ah, jetzt haben wir ihn, oder? Aha Ah komm, jetzt kommen die da Huch, au Jetzt bin ich aber Wo bin ich denn? Huch Auto schon wieder kaputt Jetzt haben wir mal zu dem Salpeter-Dings da Moment, Entschuldige Hier ist wieder was los Wahnsinn Jetzt fahren wir zu dem Kiese-Handy So Ende Na, eine Vogelscheuche Haben wir schon mal Das mach ich dann offline Das dauert halt Und das ist immer selbe Also die Vogelscheuche Und den ganzen Kiese So, warten bis der fertig ist Der Jump Bucket Ja, Reparaturgeschwindigkeit erhöhen Da muss ich Kann ich auch Aber da muss ich erst noch Ja, ja Das muss ich erst wieder Irgendwelche Dinger Gefahrenstufen Verringern Also einfach halt Weiterspielen Aha, jetzt Huch Da lügt Ach, da ist ich Sniper Ein Scharfschütze Also das Spiel Das dauert Monate Das seh ich schon Ich hab einiges Ich hab jetzt viel schon Offline gemacht Hä? Ah, da Oder? Huh? Äh Weil es Um dich nicht zu langweilen Ah, da Huch Da unten Komme ich da hin Gar nicht Im Auto, oder? Das ist Goppla Ist, da sind da böse Aha Na gut, dann machen wir Ödlandmission Wenn wir eine Ödlandmission haben Kriegen wir dann die nächste Nächste Äh, oder? Und die Ödlandmissionen Sind aber auch wichtig, oder? Garantiert Mhm Dann kriege ich vielleicht Eine bessere Waffe Waffen Huch Nee Jetzt kommt da einer Oder wie Nee Huch Da ist auch noch Schwott am Werk Warte Eins und zwei Oh Warte Da ist noch mehr Schwott Komm Wo bist du? Schwott Schwott Komm Aha Na gut Super Aha Siehste Und die Autos Muss ich auch immer zerstören Das gibt auch immer Schrott Und Herausforderungen Irgendwie Also Das ist auch immer Teil Einer Herausforderung Den noch schnell zerstören Äh Faktion Oder? Wo ist denn die? Huch Da Da muss irgendwo ein Eingang sein So runter Oh weia Wo ist denn die? Scheiße Äh Da muss irgendwo Da muss irgendwo Oder ist das Hä? Oh nee Muss doch hier irgendwo Da Da ist so ein Eingang Da geht es runter Das machen wir jetzt auch noch Komm Dann Da muss man die Buzzard Das war irgendeine andere Hoppla Vorsicht Nicht dass ich Abstürze Buzard Buzzard Was ist Buzzard? Keine Ahnung Nicht an Spot aus Ja Da ist ja der neue Ihh Der Richter Disco Aha Jetzt warte Wo sind die Einnis Ah oh Böse Oh das sind Die sind aber gut zu Erlegen Oh da ist noch einer Die ist ja hier mit dem Horrorfilm Scheher Na gut Scheher Das waren die Oder? Haben die was? Aha Jetzt muss ich Muss ich das da machen Äh und jetzt schauen wir mal Ist da noch Käse am Werk? Zwei Ne ist es der? Oh nee Die haben bestimmt auch noch Käse Warte Käse im Angebot Was machen die da? Scheher Oh nee Huch Die wollen da was Einen Reifen rausschleudern Oder wie? Ne keine Ahnung Huch Dunkel dunkel Komm ich nochmal raus Ist da noch Schrott am Werk Irgendwo? Warte Schau mal Hm nee Nichts mehr Ja gut Machen wir Dann machen wir mit dem Salz Salz Salpeter Entschuldigung Jetzt komm ich so Ich schreibe Selber Selber Nimmer Gut Genau Zwar Das war das Hoppla Jetzt müssen wir schauen Ja Falsch Falsch Drückt Und naja Huch Na dann Fahrung Mal dahin Nichts Kann ich das gar nicht markieren Das kann ich gar nicht markieren Weil ich es auch nicht entdeckt habe Nee Kann ich dann da hin? Gar nicht Warte Kann ich das nicht markieren? Das geht Da muss ich erst hinfahren Ohne Scheiße Na gut Müssen wir jetzt eine Straße finden Wo ist die Straße? Da Oh nee Ah jetzt ist irgendwas Warte Jetzt habe ich irgendwas markiert Und was? Ah nee Tatsächlich Jetzt ist es Das will ich Aha Huch Ah Falsch Falsch Abgebogen Oh nee Ah da kommen wieder Böse Warten wir bis die weg sind Oh nee Ach komm Oh nee Weg Huh Ah Scheiße Das ist mein Auto Auto kaputt Ah Ah Komm ich nicht mehr raus hier Ah Scheiße Oh nee Oh nee Hoppla Der werkt jetzt ganz schön rum hier Aber hinten von hinten Hat mich immer noch einer Kaputt hier Oh nee Haben die alle Waffen Ja das nutzt man jetzt viel So schnell kannst du auch keine Waffe aufheben Wie du die brauchst Oh nee Oh nee Äh Oh nee Jetzt haben wir einfach mal weiterkommen Jetzt könnte ich die Autos zwar noch zerstören Aber Dann komm ich will jetzt mal Hier mal Oh da ist wieder ein Kann ich den nicht um Na Mach ich offline Da ist der nächste Ja komm Oh nee Das war jetzt mal da so eine Mission Ötland Mission Fertig haben Dann kriegen wir das Waffenkammeraprojekt oder so Das ist bestimmt gut oder Das ist nie verkehrt Äh Oder Was sagst du Gut Ah oh Hoppla Da brennt es schon wieder Also das Spiel kann noch ein paar Monate dauern Das sehe ich schon Huch Da ist Ist wieder einer Wahnsinn Gut dass ich so ein Navi habe Ja ohne Navi könnte man da gar nicht Also Ja ist da schon schlecht Ah jetzt kommen wir da Sache näher oder Schickgegend Bauchsäule Ah ja Ah ja Das ist wegen dem Huch Brauche ich den um Und den Rest Oh nee Komm Huch Entschuldigung Bin immer noch erkältet Das geht bei mir nie Jetzt war Den Model S Mache ich noch so Fertig Hoppla Göttenabschluss Noch einer Die Waffen Was soll ich nun mal mit den Waffen So schnell kann ich die gar nicht aufheben Wie ich die brauche Aber Zeug einsammeln Weil hier tut es nicht automatisch Ach ach das war jetzt schon die Gäse Ah eins fehlt mir noch Ich wollte da das Zeug einsammeln Weil in dem Gebiet Sonst in dem anderen Gebiet Wird der Schrott jetzt schon automatisch eingesammelt Wenn ich Ein Auto zerstöre Aber hier leider nicht Aber wurscht Gut dann haben wir das hier oder Gut dann eins brauchen wir noch Wahnsinn Wo ist denn mein Auto Ach da Komm Jetzt zerstören wir den noch schnell Komm Weil es gibt ja auch Irgendeine Herausforderung Immer oder so Glaub ich Oder Na komm Nein Äh Warte hat Zeug Warte Zeug einsammeln Nichts verkommen lassen Schaut War da noch was Ja nix Na gut Freunde Dann fahren wir jetzt Äh Kaffeepause Zu dem letzten noch Mmm Dann haben wir wieder Eine Liu Landmission Hoch da pulse hat Verstecker Komm wenn ich jetzt schon Gut, machen wir das auch noch, da ist noch eine epische Rampe, warte, fahren wir da noch schnell hin, komm, ja, wenn ich schon da bin, mal schauen, vielleicht war das das Letzte, mal schauen, was da passiert, also wenn ich da fertig bin, meine ich, oh wei, wo ist denn der, oh, warte, nee, oh, das Gebiet ist aber auch riesig, Wahnsinn, weil, weil, ich, oh, wo ist denn der, weil ich ja dachte, oh, ah, oh nee, Fallout wäre ein riesiges Spiel, weißt du, dachte ich, kann man, oh, kann man da runterfahren, hoppa, oh, naja, der ist geländegängig, oder, der Mad Max, ah, da ist er, ich dachte, Fallout wäre eine große Weltkarte, aber das hier ist aber auch nicht gerade schlecht, du, meine Herren, und ich dachte auch, dass Fallout ein langes, große Fallout 4, ein langes, großes Spiel ist, aber das hier ist aber, ich spiele das jetzt schon wahnsinnig lange, schon 30 Jahre und bin immer noch am Anfang, also das ist schon echt, echt nicht ohne, uh, du Böser, du, du, bang, 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 Schleppenkattenschlauch, den auch noch, und noch auch, ja, ich sehe nichts, jetzt kommt noch, bang, Besserbestrafbar, das gibt auch irgendwie, oder Wut tut irgendwie, jetzt ist er wutig, der Max, aha und jetzt machen wir das da, alten Bombe, zerstören die Verstecke mit Hilfe einer Bombe, die haben Waffe, die kann ich aber nicht mitnehmen oder so, sonst haben die hier nichts, oder? Die haben nichts, die haben nichts, die armen Schweine, die haben gar nichts, gut. dann machen wir doch noch den anderen da sagte aber dann haben wir das hoppla halten einsteigen dem interessieren was man dafür kriegt ja das ist da da ist noch einer gut hoch da muss ich sowieso die epische rampe oder epische sprung jetzt machen wir noch den dann haben wir vielleicht ist es dann schon erledigt wenn ich hier raus bin ich nicht und hier nicht mehr kommen wo bin ich da wieder rein geraten da komme ich nicht mehr raus scheiße wo geht es denn da rein da bin ich jetzt voll im ödland ja wie gesagt voll out 4 ist schon ein wahnsinn spiel hat mir super gefallen ist aber auch offenartig schwer weil da weil hier kannst du immer mit faust kampf also einfach nur und dann muss man nicht nachladen da kannst du einfach draufhauen kannst immer auch einfach nur so kämpfen aber in voll out zum beispiel da muss da kannst du mir erst munition sammeln das ist natürlich müde im maßen sind die ödlands weg hier kommen ich will da weg darüber oder auch da ist es gut da wird scheiße ich will ja das da Oh, das... Oh, weia Wo muss ich denn? Ja, das ist schon blöd Wenn einen die da mal verfolgen Na ja, jetzt bin ich schon wieder kaputt Ah, ne Geh ich mal raus, ah, ne Scheiße Oh, oh Huch, warum ist der Himmel hier so lustig? Au! Mensch, Scheiße, warum ist denn der Himmel so komisch hier? Warte Oh, ah Mensch Ah, jetzt komm, na, komm, ja Warum ist der Himmel? Boah, schau, das soll Hilfe, wo bin ich denn hier reingeraten? Sag mal Oh, ne, ich hoffe, ein paar Menschen, wir spielen schon wieder Wenn wir das jetzt doch schnell schaffen Warte Der Klamm wackelt, muss sowieso das Auto noch richten Was ist denn hier am, am dampfen, sag mal Ah, da ist einer Boah, schau, das soll Aha Ach so, wo, 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 ich Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus Wo ist euch, äh, ne Passartversteck, oder? Warte, oh, da, oh, da sind viele Viele Böse Oh, ne Oh, da ist Böse Warte, kann ich die Ah, ne Scharf, ja Da gehen wir gleich weiter Na, den haben wir aber Warte Na gut Oh, da sind überall Scharfschützen, sag mal Oh, 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 oh Warum war da der Himmel so gelb? Puh, da ist auch, oh, ne Was ist denn da wieder? Ach, da ist ein Lager oder so Oh, ne Oh, da ist eine gefährliche Gegend hier, sag mal Oh, oh, ne Ah, da ist überall Böse Sachen Warte, können wir das nicht mehr Den noch, warte Wo ist die Verstärkt? Kann ich die nicht Ah, dann gehen wir da mal weg Weg wieder Oh, warte, da muss ich sowieso rein Aha, siehst du da immer das Huch Au, du Böser Au Scherzbelüfter Oh Gott Ne, nicht hören was Naschentampe Oh, ne Zumpelt da Ach Gott, ich bin Am Arsch Ach, hier ist eine gefährliche Gegend, sag mal Entschuldigung Ist ja eine Hacke hier Warte, nehmen wir kein alles Mensch, hoffentlich schaffe ich das noch Oh, nein, da sind drei Böse Wie gesagt, hier kann man wenigstens mit Faustkampf einfach nur draufhauen Und Da brauchen wir keine Munition Also wenn ich jetzt hier einen Fallout schwere und hätte keine Munition mehr, dann wäre Ende Verstehst du? Dann Das ist natürlich blöd Was haben wir denn, ist das jetzt der letzte? Ah, das ist wirklich unfair, dass man jede Kugel erst sammeln muss In Vollart Siehst du, das gibt eine Stufe Schau her, Wahnsinn Und einen Erfolg Und Blabla Und Griffabzeichen Also das lohnt sich Na gut Jetzt finde ich nicht mehr raus Jetzt müssen wir noch den Salz Salzpeter Oh, da oben sind Oh, ne Müssen wir aber schnell da hin Oh, ne Ah, rein, weg, weg, weg Warte Müssen wir schnell Schnell da hin Komm Oh, da sind lauter Böse Ah Oh, meia Oh, ne Ah, komm Oh, da ist er Jetzt warte Oh, ne Oh, da ist Käse Oh, schau her an Wahnsinn Huh Huh Da sind überall Müse Huh Scheine das an Ist das toll Wow Huch, da schießt einer Wow Das ist schick Da muss ich ja einen Screenshot machen Wahnsinn Ist das schick Ah, jetzt warte Aha Jetzt haben wir es aber, oder? Hm Ah, schick Ah, schick Ah, ei, ei, ei Meine Fresse Waffenkammer Bauprojekt Gut, das müssen wir da schnell hin Oh, ne Ist das toll Ah Das ist weniger Oh Oh, warte Boah Schau dir das an Ist das schockt Oh, jetzt muss ich mal weg Da schießt einer So einer Müssen wir da raus Wo geht sie da raus Ah, da schießt einer Jetzt kann ich aber schnell Reise machen, oder? Oh, da ist ein, warte Warte, den machen wir noch Den können wir noch machen, oder? Äh Äh Nicht Deutsch Sprechen Ist nie verkehrt Stinkegelbstähler Ola Äh Ne, ich bin mein eigener Mann Ha, das ist eine Frau Die steht Ich bin mein eigener Mann Da haben sie sich leicht Äh, verwechselt Hier Gut Aber kann man ja nie wissen Aber, na gut Das wollen wir jetzt mal Nicht erörtern Äh, jetzt fahren wir Jetzt gehen wir Jetzt warte ich es gar nicht Doch schnell Reise Hö, hö, hö Schnellreise Schnell Schnell, schnell, schnell Äh Äh Wo ist er denn? Cheat Jetzt muss ich wieder zu dem zurück, oder? Warte mal Was muss ich denn? Soll wir das noch schnell machen? Warte, jetzt sagen wir da schon hin, oder? Warte, wie, was, was? Waffenkammer Ach komm, da kennt sie Ist verfügbar, oder? In Äh Ödla Mission Asche zu Asche Belohnung In Waffenkammer Barbeek In Gutgastfest Ach du Scheiße Äh Ne Gut Da muss ich aber erst in Gutgastfest Wo ist denn die? Wo ist denn die Gutgastfestung? Äh Gutgastfestung Gibt es die? Da kann ich doch rein, oder? Kann ich da rein? Äh Da komme ich gar nicht hin Warte Äh Jetzt fahre ich mal da hin Und dann kann ich da einfach rein In Gutgastfestung Oder? Bei Hund und Barge Waffen Ah Da machen wir jetzt Was umachtest Jetzt fahre ich da hin Und dann gehe ich in Gutgastfestung Dann kann ich da Waffen Kann man bauen Das machen wir noch schnell, oder? Hm Und dann machen wir Päuschen Komm jetzt gehen wir da in die Festung Äh Das Spiel macht mich fertig Äh Ne Da hin Äh Gut Da fahren wir jetzt schnell hin Äh Au Hoppla Äh Äh Da vorne rechts Das ist ja freundlich, gell? Die Festung Na gut Dann fahren wir da schon hin Oh ne Da sind überall böse Wahnsinn Mal Gas geben hier Dass wir da heute noch hinkommen Wo ist die Festung? Wo ist die Festung? Hier links Baue ich erst alle verfügbaren Verbesserungen für Hä? Bevor du den Oh ne Jetzt Ich muss erst alle verfügbaren Verbesserungen für den Check bauen Befehl Ach komm Oh ne Alle verfügbaren Verbesserungen für den Check Das dauert 30 Jahre Wenn ich die hab Und da kann ich nix Da kann ich nix Oh ne Da komm ich gar nicht rein Na gut Freunde Da müssen wir da mal Hoppla Das ist das da Oder? Ach du Kacke Ja gut Dann machen wir hier Pause Gut Freunde Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video